ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play um sie zwei der omnibus simulatoren bzw let's play busbetriebs simulatoren heute bei sh tours ich bin also bei ein paar anderen unternehmen tätig aber am meisten bei sh tours ja ich habe jemanden noch dabei den glas ich hoffe das lädt jetzt das betriebsimulatoren kannst ja mal hallo sagen glas war das ja mal hallo sagen was welchen wagen willst du fahren mir relativ wurst ich glaube ich habe den 15 meter wagen kaputt gemacht aber nicht doch nicht den hatte ich ja überprüft genau in zehn minuten fährt der in beide richtungen kannst du dir überlegen und wo noch wo du fahren möchtest welchen wagen ich fahre von hohen rad ich fahre von hohen rad ok der fährt um 19.01 dann fahr ich vom königs fährt erst du wagen sieben ich wagen sechs wagen sieben wo ist denn wer nicht mehr sieben fahr doch ich ach so wo ist sechs wer ist sechs ganz oben eigentlich ach nee warte hey lol wann fährt er ab 19.01 vielleicht ist er auch gerade in gelb gerutscht ja gerade in gelb gerutscht ich fahr den a23 und du fahr die 15 meter körre hat zwar nur noch 25 prozent sprit aber ich weiß den habe ich gerade eben ein bisschen leer gefahren oder fahr ich den ng-2002 ne ich fahr den weg oh gott ich hoffe der ist nicht kaputt ich hoffe der wagen ist gleich nicht kaputt sonst rast ich aus man so kurz was gucken ah ja da ist da ist bbs hallo hallo hätte ich mich flaxen oder was ja was da jetzt los ist die 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 ja Stadtzentrum Wagen 6 weicht Wagen 6 nicht dass ich vor allem 7 Ich fahr Wagen 7. Ne, ich fahr Wagen 6. Was? Ich fahr Wagen 6. Und du? Ja, ich auch. Kann nicht sein. Ja, also bei mir steht gerade Stadtzentrum Umlauf Wagen 6, 1901. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung wie genau. Irgendwas werden wir schon fahren. Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Ich werd aber die dritte Tür auch als manuell... Hast du das bei dem M1-Gelenkbus auch gemacht? Ja. Ja? Okay. Geht besser, da hat er nicht so dieses Türsteuerungsproblem an der dritten Tür. Du und dein Amateur-Brett-Walter. Ja? Ich will auch eins haben. Eines kaufen? Ja... Ab dem ersten 8. gehe ich hier arbeiten. Hoffe ich mal. Dafür, dass das in 3 Wochen ist, ist das... Reichlich früh, dir sich das mal zu überlegen. Ja... Egal, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Ach. Alter Junge, um sie... das... ach... Ich nehme schon 6 Minuten auf und ich bin noch nicht mal 1 Meter gefahren. Ich bin irgendwie traurig. Das stimmt wohl. Wenn ich glaube ich kann, wäre ich bei mir wieder da. Welche hier? War das hier nur 53? Nein. Wieso? Wurde ich jetzt auf einen Beitrag markiert, oder was? Von Bahnsteigspot... was... was wollen die? Ey, was ist denn los hier? Wieso? Mir funktioniert die Heidestellenbremse auch nicht. Hm. Die bewegt sich aber irgendwie. Bei mir hat's ja funktioniert. Was ist denn da verkehrt? Bis zum nächsten Mal. Ich supposed zu mir mal auf Start klicken. Schööööö. ich sollte mal auf Start klicken es ist nicht nicht Das ist noch mal 50,000 Euro, nicht? Ja. Cool. und das ist schon abgefahren oder um sie geht immer noch um sie geht noch um sie fehlt noch so die funktion der sonnenbrille nach wieso das sonnenrollo müsste ich ganz schön weit runterziehen damit ich nicht von der sonne geblendet werde sie mir sonnenbrille an die auch um sie Hey, du bist schon ein Penner. Lass mich flachsen um dich? Ich wollte gerade sagen, Alter. Stadtrand, ne? Nee, Stadtzentrum. Wagen 7. Ach, das ist die vorletzte Fahrt. Echt? Ja. Habt ihr bei mir jetzt gar nicht drauf geguckt? Geh doch weg, du scheiß Ding. Ähm, mal um kurz gucken. Tschüss, da rum manuell. Ähm. Ähm. Schönen guten Tag. ich hab das was ich habe das wird diesen haltestellen ding immer noch trotzdem was das geht ja das ist immer noch anzeigt dass er irgendwann raus will ach der hat gar keine sonnenblende das ist ja nett was der hat doch auch eine oder nicht ja aber nicht links das ist schlecht ich habe jetzt die sonnenblende runter gemacht für vorne alter das geht ja eigentlich richtig auf den bis die sonne gesagt hätte oder so hallo auch ja 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 die nächste stelle Unterwegs bin ich heute für SH Tours, sehr gutes Unternehmen. Gleichwerbung ist akzeptiert. Ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt das Video, muss jetzt ein Werbung reinmachen. Ja, ich muss jetzt Werbung rein schreiben. Ach, Omsi, dein Ernst? Er hat links echt anmäßiges. Ist ja kacke. Ich wollt grad sagen, Omsi, Alter. Nächste Hattestelle, Güterbahnhof. Oha, das gibt Haube von den Fahrgästen. Eine Minute zu spät. Oha, ich bin 004 zu spät. Äh, ich bin eine Minute zu spät. Irgendwas stimmt mit Omsi heute nicht. So, vorhin hattest du doch keine Probleme. Ja. Ja, genau. So fährt man zum Beispiel nicht. Merk es jetzt richtig, wie viel, oder wie wichtig mir die Haltestelle war. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt muss es einfach nicht funktionieren. Danke. Wieso hat man eigentlich rote Ampeln immer nur dann, wenn man sie nicht braucht? Ich weiß es nicht. Oh, da ist einer von der EWE am Fahren. Ha. Nächste Hattestelle, Refrad Hauptbahnhof. Halt. Bei mir funktioniert die auch nicht. Irgendwas ist damit kaputt. Bei mir funktioniert die nämlich auch nicht. Wie glas. Das ist ein Scheiß. Und das jetzt bemerkt man eigentlich, wie häufig man sie doch braucht, ne? ... Boah, Alter. Mach das niemals. Eine Ampel stehen, Feststellbremse rein, Vollgas, bis grün wird und dann die Feststellbremse lösen. Alter, der ruckelt, der ruckelt dann sowas von. Wie lange bist du vorhin noch gefahren? Ja, die Tour noch zu Ende und noch eine Weiterbahn, dann bin ich, dann bin ich runtergegangen. Ich wollte nicht bis Ambach-Mitte fahren. Moin. Moin, Moin. Guten Tag. Moin. 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 Nee, wird doch jedes Mal aufs Neue scheiße. Ja, echt. Alter. Ich wette mit dir, hier will ich hier gleich schon wieder jemand rüber. Ich zieh... Ich zieh hier einfach rüber. Drei, zwei, eins... Er wollte wirklich rüber! Alter, als wenn du jetzt mir... Ist jetzt schon der zweite, der dritte... Danke, KI. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah! Selbst die KI-Menschen sind zu blöd zum Laufen, ey. Wieso? Das sind wieder die zwei Typen, die ineinander rumwackeln. Von... Ich frage mich, dass... Denn das Marie-Stelle ist... ...und bei der Strahe... ...und bei der Strahe... Und bei der einer da.... Ich habe mit der ausgericht... ...und ich habe mit der Strahe... ... die Ins actress ... Guten Abend. Hi. Was? Was ist das? Steck doch schnell ein, du Vogel. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie habe ich voll Bock auf Hamburg gerade. Ja. 111, ne? Tatsächlich 109. Ich weiß nicht, wieso. Das hört ja irgendwie komisch drauf. Du hattest vorhin Bock auf Glattbeck. Glattbeck. Ja. Aber ich bin doch nicht so krank, dass ich trotzdem den Solaris fahren würde. Also da hört es dann auf. Ich glaube, ich muss nachher eine Runde glatt wegfahren. Oh, du bist doch krank. Weißt du was? Ich muss nachher mal eine Runde 620 fahren auf X10 Berlin. Mit einem SD85. Ich muss gleich mal gucken, was X10 kostet. Boah, teuer. Das ist wirklich teuer. Ja, was schätzt du denn? Ja, weiß ich nicht. 20. Unter 10 FPS lädt mich doch am Arsch. Seh'n Ernst? Seh' dich. Ja, ich seh' dich auch. Aber wieso ist... Wieso ruckelt das denn jetzt so? Ja, und ihr seid ja richtige Helden. Siehst du bei mir eigentlich das Logo? Ja. Siehst du bei mir das Logo? Ja. Aber ich seh' bei mir nämlich nur den Pfeil. Ich seh' bei mir das Logo. Guten Abend. Nächste Hettestelle. Sempergasse. Weißt du, was wir immer machen sollten? Was denn? Wir hätten mal eine Haltestelle tauschen sollen. Wieso? Ich wär' gerne den Part der Linie jetzt wieder zurückgefahren, den du jetzt fährst. Nee, den fahr' ich lieber selber. Schade. Du findest den Teil, der jetzt bei dir kommt, auch besser, ne? Ja. Hallo? 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 Wie liegt es da an der Stelle? Die Läden nicht holen. Ich habe in den Spiegel geguckt, und bin rausgefahren, da war nichts. Und dann auf einmal knallt mir der eine rein. Penner. Weißt du, bei der KI ploppt doch noch mal einfach irgendeiner auf. Nee, ist dann einfach da. Echt, ey. Ich bin gleich auch einfach mal da. Ich schwöre dir, fängt der Bus jetzt gleich an zu helfen und ich raste aus. Du bist doch Hauptbahnhof schon durch. Ja. Irgendwie ist meine Performance heute kacke. Ich habe den Patch noch mal neu drauf gehauen. Habe ich heute noch nicht gemacht. Ich habe ihn noch neu gezocht. Ja. Hau da noch mal neu drauf. Ich habe ihn noch nicht geprochert. Ich habe ihn noch nicht gebound. Ich habe ihn noch nicht ge Morris an. Ich habe ihn noch nicht gebrochen. Ich fahr jetzt so lange in der Außenperspektive bis... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann in der Außenperspektive gar nicht fahren. Ich auch nicht. Ich versuch's jedenfalls. Erstmal fahr ich gerade hinter deinem Linie 950 her. Schon wieder? Was soll das? Ich... Warum... Ja, kachelt mir noch einer hinten rein. Das interessiert die gar nicht. Ich darfst du schon das Problem kennen, will ich. Drei Wagen sind mir jetzt hinten draufgekachelt. Das wird sich vor einfach rüberroht, ist mir noch egal. Ich will diese verfickte... Ah, es wird sowieso grün, also wunderbar. Oh mein Gott, das ruckelt so und das ist so traurig. Alter, das ruckelt so krank, dass ich nicht mal mehr richtig fahren kann, Alter. Oh, danke. Guten hallo. Guten Abend. Keine Fahrkarte, bitte. Keine Fahrkarte, fick dich. Ey. Äh... Die Tour ist voll für'n Arsch, ne? Ah, ich glaube, ich bin heute auch nochmal für eine andere Map irgendwie. Ja. Wir sind jetzt auch schon drei, vier Fahrzeuge reingefahren. Und ich bin eigentlich nicht derjenige, der so idiotisch fährt, dass mir schlecht die Fahrzeuge reingefahren wird. Ich auch nicht. Naja, ich schon eher als du, aber trotzdem, ne? Aber trotzdem, heute sind die irgendwie alle scheiße am Fahren. Ich mein, der Bus ist jetzt nicht kaputt. Vielleicht die Heizung oder so. Wir werden auch gleich nochmal den gesamten Fuhrpark überprüfen. Ich glaube, ich gehe nach der Tour erstmal wieder ins Büro. Also, nach der Tour höre ich auf. Also, jetzt nicht mit Omzi, sondern, ne? Auf jeden Fall mit der Linie oder dem Bus. Naja, mit dem Bus jetzt nicht unbedingt, aber mit der Karte. Ja. Ich gucke gleich mal, was X-10 noch kostet. Nee. Oh, wir können auch Grunddorf fahren. Da kommt ja nichts rein. Sonst fahre ich gleich noch unter Alheim-Lauritz-Bach oder so. Ja, ich weiß nicht. Boah, was haben wir noch? Grifrad, Alp-Panit-Spann-Laur. Obwohl, X-10 wäre eigentlich schon echt fett, man. Ja, du hast ja jetzt noch zwei Wochen Zeit zum Fahren. Ja, ich bin ja nicht da. Wenn dadurch mehr Kohle reinkommt, warum nicht? Wenn das jetzt nicht mehr so die Welt kostet, dann kann man da ja drüber reden. Ich hoffe, die Linie ist gleich zu Ende. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Linie und diese Karte. Und... dann ist ja hier echt zum duster, ne? Komm, du fährst mir doch bestimmt auch noch rein, du behindertes scheiß Auto. Ne, tu das nicht. Weil da dreh ich bestimmt am Rad, weil da ist ja die KI noch beschiss. Das ist die Möcke ja schon scheiße. Ja, das reicht schon. Nächste Haltestelle, Nordfallstraße. Da, bis hierhin und kein Meter weiter heute auf dieser Map. Ach, bist du fertig? Ja. Ja, fertig. Ich bin jetzt Nordfallstraße. Habe ich noch ein kleines Eckchen zu fahren, ne? Och. Fünf Haltestellen oder so. So, den Bus mal wieder souverän abgestellt. Oh, gab nur ein Unfall einberechnet. Das ist ja schon mal was. Und. Oh. Ja, du kann... Die KI braucht ja nicht blinken oder so, ne? So, der Bus ist schon mal kaputt. Welcher denn? Ja, der in den ich gerade gefahren bin. Ach wirklich? Ja, da ist die KI mal irgendwie hinten in die Seite oder so, ist ja nicht kaputt. Was ist denn da kaputt? Ja, Rücklicht. Oh, cool. Ist aber okay, kommt mir klar. Ich prüfe einfach gerade meinen gesamten Fuhrpark. Wenn da nicht noch irgendwo irgendwas ist. Dann könnte man das gleich alles mitmachen. Kriegt man dafür nicht Erfahrungspunkte? Ja. 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 Ich glaube, es ist das Ding auf der Heil. Welches? 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 Load database connection. Das ist natürlich schon ewig nicht mehr. Auch nicht. Jetzt los. Bin ich hier überhaupt nicht mehr gewohnt. Man denkt so, das haben die gefixt, ne? Hä? Man denkt so, dass sie das richtig, äh, dass sie das entfernt haben, dass sie das gefixt haben. Aber... Ja, da wurde ja auch viel dran gemacht. Dass das nicht mehr passiert, ne? Wer weiß, vielleicht liegt der Fehler ja auch bei mir. Ja. Morgen ist Mittwoch, ne? Hm. Morgen ist Mittwoch, oder? Morgen ist Mittwoch, gut. Sollte zumindest sein. Weil ich morgen dann keine Zeit habe. Hm. Morgen ist Mittwoch, oder? Oh, Johnny, was hast du denn gemacht? Wieso? Mit welchem Bus? Mit dem Hamburger. Wieso? Hier ist halt ja so einmal vollkommen... Wieso? Hey, was denn? Ich hab hier grad ne Rechnung von dir. Für ne Heizung. Für ein linkes Rücklicht. Für ein rechtes Vorderlicht. Für... rechtes Rücklicht. Blinker links. Blinker rechts. Keine Ahnung. Ich hab den ganz normal erfahren. Ich hatte keine Unfälle, gar nichts. Boah. Naja, geil. Ist ja nur ein C2. Wird ja noch... Wird ja noch produziert. Wird ja noch produziert. Wird ja noch produziert. Ich bin gleich da, Gott sei Dank, ey. Was denn? Ja, es ist ja nicht zu bezahlen, beides. Wieso? Also Kartenkonzession mäßig. Ja, hab ich schon gesagt. So. Werde ich den Fuß auf jeden Fall einmal... tanken? Der jetzt wieder. Der hat schon 338 Kilometer runter. 339. Also 439. Aber 300 ist er ja selber gefahren. Welcher? Der A23. Königswert enthält der Stelle. Oh, ich bin endlich da, ey. 43 Minuten nehm ich schon auf. Ja. Und... Jo. Einmal schön über den Boschstein gefahren. Kann nur nicht reparieren. Ja. Die nächste Haltestelle. Königsberg. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. So. Dann wollen wir mal die Fahrt damit beenden. Fahrt abschließen. Ah, wahrscheinlich irgendwie so... 60 Prozent oder... Fast jetzt 22 Prozent. Sehr gut. 85 Prozent? Und mir wurden keine Unfälle angerechnet? Ja, schief gelaufen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. So. Dann würde ich sagen... Danke fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Bis denn, Ontario.